Hallo und Willkommen zurück zu Aegis Defenders, wo er direkt ins Level will. Ja, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen das Projekt verenden. Heute noch. War das dein Plan? Nein, 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 ich will von Stunnen. Oh shit. Ahhhh. Äh, Grandpa, wirklich? Wow. Jetzt ist es 2.1, oder? Äh, also du machst neu, gut. Okay. Gut. Äh, ich habe meine Hand jetzt auf dem B-Knopf, keine Sorge. Ja, der B-Knopf ist definitiv der bessere Knopf für sowas. Also ich schätze, wir machen immer 2 Level pro Video. Kamen zumindest die ersten beiden Parts ganz gut hin. Also, mal schauen. Wir machen auf jeden Fall Kapitel 2 fertig, würde ich mal glauben. I will be fine, let's just go. Oder ist das schon 2.2? Ah ja, dann I wonder if he's okay. In der Mitte. Und als nächstes kommt, of course, you are the best. Ohhhh. Okay, wir dürfen Videospiele spielen. Äh, ja, deswegen sind wir hier, oder? Was haben wir denn da? Ich glaube der ist, ich weiß nicht wie nützlich. Der ist nur Kohle wert, würde ich mal glauben. Okay, cool. Du kannst aber halt nur abhauen. Schaffst du ihn, oder schaffst du ihn nicht? Au. Jetzt. Der kann ja gar nicht so stark sein. Immerhin machen wir keinen Sinn. Schaffst du ihn halb mehr als halb tot? Schieß einfach weiter. Ja, das liegt an den Viechern. Die machen denn so viel Schaden. Steinchen. Ach, das Level war's. Okay, cool. Ja, ich kann erstmal nichts tun, so wie es ausschaut. Alles zu. Dann warte ich darauf, dass du mir was aufmachst. Ach so, ich muss in den Endisation. Okay, da kannst du jetzt lang gehen. Ja. Hast du mich jetzt wegtelevertiert? Ja. Sieht so aus. Komm da nicht rüber. Ja, du hättest noch kurz schießen können, bevor du abhauenst. Ich kann das Teil nicht... Ach, egal, ich opfeier es. Ach so, du meinst damit aktiv ist. Oh mein Gott. Okay, das Teil war jetzt aber nicht lange unten. Ich glaube, ich schaff's nicht. Man muss das runterschießen. Ich muss nicht gesponsen, zu langsam. Ja, dann ist es doof. Hat sich noch was anderes geöffnet? Oder brauche ich jetzt eine... ...granate von dir? Scheinbar. Einfach ein Stück agiler. Ach so, das war alles hier. Ach so, das war alles hier. Die Hände! Ach so, das war alles hier. Oh war's! Das war alles! Oh my, das war's. Ach so, das war's! Hey. Ach so. Mach so, das war's! Ach so. eine socke ich glaube du musst den stein runterfallen lassen damit du den nutzen kannst jetzt fühle ich mich so als hätt ich ein stein gewählt nein nicht hochfahren was ist mit dir wir haben es geschafft ist da unten noch irgendwas? ja 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 Bist du runtergegangen? Ja. Ich bin runtergegangen. Ja, ich... Ja, ist was, was ich nicht drücken kann. Was will ich hier? Spawnt wahrscheinlich noch. Ja, wahrscheinlich. Ähm, okay, dann geh ich da rüber. Ich dachte, du brauchst mal eine Hilfe, um da hinzukommen. Offenbar nicht, ne? Äh, wa... Wa... Bist du wirklich ready? Ja, schon. Wir haben nichts einzusammeln. Wir brauchen jetzt... Müssen spawnen lassen. Ja, keine Ahnung. Ich hab die Map jetzt noch nicht effektiv angeschaut, in meinen Augen. Aber gut, wenn du das schon getan hast... Wir haben zwei Minuten, Dennis. Das reicht doch. Sammeln einfach gemütlich alles ein. Und schau dir die Map an. Wir haben hier Aufzüge. Ein Haufen Gras, das verhindert, dass wir was bauen. Ich bin dafür, auf den Aufzügen was zu wahren. Du darfst da was draufsetzen. Was, wo? Oben, auf den beiden. Ah, okay. Das hier unten ist auch ein bisschen nervig. Ja. Und hier auch. Ich glaube, rechts kam noch nichts, oder? Das ist auch ein gelber Tauern. Das macht mir keine Sorgen. Das ist gut auch blauer. Das ist gut. Das ist gut. Alles gut. Okay, nur zwei Blöckchen. Hast du wieder eine Schwäche platziert? Ja, ich weiß nicht, wo ich sonst noch was habe. Ehrlich gesagt, wir können ja fast nur auf den Plattformen bauen, also mehr als nur fast. Absolut komplett. Okay, hier in der Mitte kommen Gegner. Ich meine, du könntest jetzt einfach erstmal überall Spikes bauen, auf allen vier Plattformen und ich mach irgendeinen Schmarrn oder so, was weiß ich. Keine Ahnung. Nee. Du meinst, der lag hier. Ja. Ja. Die. Sparen sich ja, dann denke ich nicht am Gras. Ich sterb mich mal rechts hin. Viel Glück. Kommt hier überhaupt schon was? Das ist ja. Dein Vorschlag. Komm mal! Ja! Ah! Ah! Nein, 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 nein! Oh! Bote ja! Was für ein Sheetal OU Bitte er hat sich das Asterolem ok rot und blau auf der rechten seite gegen rot können wir mit turm nichts machen also wenn links kein rot ist dann solltest du recht stehen bei dieser welle ok ich glaube es kommt überall rot ich hätte hier gern noch so was soll ich was bauen überall drei trippel und ein gelber fast überall aber ich bin bleibt ja 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 der ersten der letzten welt kommt hier aus beiden seiten ja 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 Ah, da hinten war's aber nicht Ah, ok Ah, ich baue in Ruhe während Gegner kommen, du bist lustig Ah, den soll ich töten Ja, tu ich Ich bemühe mich auch hier zu töten, die Roten Schon ok Ich glaube ich halte sie einfach zurück Ja Ah 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 Ja. Was? 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 Ich will da jetzt nichts. Auf lieber passen abfetzt. Das ist richtig. Ja, proben. Nachdem der Typ sich weigert, mit uns zu spielen. Ist das noch deine Verantwortung? Das stimmt wohl. Soll ich einen Partwechsel machen? Wenn es lang genug ist, ja. 19 Minuten. Passt. Okay, bewerten nicht vergessen und ciao. Ciao, ciao.